Hallo, da sind wir wieder bei MeinZ. Ich habe ein neues Texture Pack DokuCraft und mit dabei sind Helga und der Flo ist mit dabei. Ähm, wir sind leider schon ein bisschen runtergelaufen hier, weil uns hat uns gleich jemand angegriffen und wir haben auch gerade jemand geholfen. Und den jemanden musste ich leider töten, weil der mich angegriffen hat. Es tut mir leid. Und den DokuCraft muss ich mich erstmals zurechtfinden. Ich habe hier noch mal ein paar Äpfel, wenn du brauchst. Alter, ich bleib von hinten gehittet. Wohin gehen wir denn? Wo bist denn du? Ich bin in einem der Häuser oben drin und ein Zombie greift mich an. Ey, warum spawnen diese neuesten Inhäusern? Ich habe noch einen Weizen gefunden. Ja, dann kannst du noch Cookies machen, oder? Ja, werde ich gleich tun. Bist du hier drin, wo ich kurz rauskomme? Und ich habe noch eine Melone gefunden. Ich habe noch Kakaobohnen gefunden nochmal und noch Aschbos. Ja, Kakaobohnen haben wir echt en masse. So, ich bin jetzt bei minus 800. Ja, dann kommen wir zu minus 500, minus 1000. Wir haben so viel Zeug. Du musst unbedingt mal Zeug abnehmen hier. Äh, Helga, willst du noch erstmal kurz hier auf Flo warten, oder? Ne, ich gehe rüber. Ich habe ja mit Zombies an sich kein Problem. Was habe ich denn hier noch? Ich habe noch Cockweb. Was mache ich denn mit Kopf, ey? Das coole ist, ich habe das letzte Mal, das fand ich vorhin auch sehr witzig, als ich den Spieler töten musste. Ich habe zwei Schüsse mit dem Bogen gebraucht, dann war er down. Ja, du, es geht auch wohl mit Headshot, One-Shot. Ja, das kann gut sein, dass ich ihn so getroffen habe. Auf jeden Fall zwei Schüsse. Und übrigens, kein Wunder, dass wir am Anfang immer gleich getötet worden sind. Im Spawn-Area, das ist wirklich nur im Süden, also im Norden spawnen wohl keine Leute. Nur im Süden. Und die töten einen halt dann gleich. Das erklärt auch, warum wir hier so relativ wenig Leute gesehen haben. Richtig, genau. Und ich gehe dann mal wieder Cookies backen. Und ich gehe dann mal Zombies töten. Ja, komm her, komm her, ja, komm her. Was? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zombies... Ach, hey, ich habe keinen Kakao mehr. Nichts mehr machen können, ich habe ganz viel Kakao. Ja, kannst du mir was geben? Ja, ich komme... Oh, da ist ein Zombie drinnen bei dir. Echt? Ja, sonst komm hoch, ich schieße ihn ab. Nö, ist okay. Ich habe schon sechs gekillt. Leider wurde mein Kill-Star-Thus leider zurückgesetzt. Schade. Flo, wo bist du? Äh, gleich da. Okay. Na, äh. Äh, ich komme nicht durch. Jetzt, der bewegst dich langsam durch. Äh, also ich bin jetzt bei minus 500, minus 1000 und ihr seid nicht da. Ja, wir sind bei minus 550, minus 1100. So, man gebe mir keinen Hauptgrund. Dann bist du vielleicht der falschen Coin, Arte. In Austausch gegen einen Apfel. Bist du vielleicht bei minus 1000, minus 500? Nein, ich bin bei minus X, minus 514, Z, minus 910. So, nochmal gucke ich's. Äh, sind wir da auch? Ich bin bei X, 549 und Z minus, also bei minus 549 und bei Z minus 1123. Ja. Ja, dann... Okay, gehen wir wieder raus und looten die da ne Runde. Ja. Ja, wartet mal auf mich kurz. Und er trinkt nicht vergessen, ich hab nur noch neun. Ach, scheiße, da müsstest du echt langsam mal Wasser auffüllen, oder? Ja, weil hier gibt's, glaub ich, keins in dem Dorf, gell? Hm, hab ich jetzt auch nichts gesehen. Äh, Luf! Ähm, was war eure Z-Koordinate? Z minus 1100. Das ist das größte Gebäude hier in dem Dorf. Da draußen werden echt wieder Zombies rum. Ja, wir locken sie kurz an und dann töten wir sie hier in einem Cockweb. Also Zombies find ich jetzt mittlerweile echt nicht mehr so... Da kommt einer von rechts. Ja, kommt der hergerannt? Ja, kommt der. Ja, kommt zurück, kommt zurück. Ja. Da hinten ist noch einer. Ja, das hier mit dem Spinnnetz ist echt super, du stehst so, dass ich nicht draufhauen kann. Aber geht dir auch so ganz gut. Ich brauch nur, ich brauch nur langsam auch immer... Ach, ich hab ja auch nen Bogen, ich könnte eigentlich auch mal rumbogen hier. Ansonsten, ähm, kann ich dir auch noch nen Bogen geben. Gut, ich glaube, ich bin jetzt bei euch. Fuck, mein Helm ist fast kaputt. Wo, 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 wo ist euch? Ich geh mal runds... Ja, in dem Fall bist du gestorben. Ich? Ja. Bin rausgeflogen. Ja, du bist grad gestorben. Weil du gestorben bist. Wieso bin ich gestorben? Da stand, du wurdest von einem Zombie getötet. Ich hab keinen Zombie gesehen. Du wurdest getötet von einem Zombie. Oh, hier sind nochmal fünf Pfeile. Sehr nice, sehr nice. Brauchst du Pfeile? Ich leg dir mal hin, weil... Äh, nee, nee, ich hab sieben. Ja, nimm die mal noch mit. Wie viel kann man denn von den Pfeilen stacken? 15 leider nur. 15. Ich hab jetzt 30 Stück. Flo, wo, du musstest ne Minute warten, bis du wieder spawnst. Nee, ich bin gleich wieder gespawnt. Okay, und wo bist du gespawnt? Ah, okay, dann haben sie das rausgebracht. Wo bist du gespawnt eben? Äh, bei minus... 300, 521. Minus 521 oder plus? Alec, kannst du mich bandagieren? 521 plus. Werker? Ja, kann ich. Weil ich hab nur noch, äh, viereinhalb Herzen. Ja, bleib mal stehen. Hepp. Äh, hepp. Ich lauf einfach mal grob in eure Richtung. Und dann gucken wir mal, weil... Bei minus 1000, minus 1000 hast du nichts gefunden. Doch, da gehen wir jetzt hin. Du bist zu minus 1000, minus 1000. Da gehen wir jetzt auch hin. Ich loot es hier noch kurz und dann lauf mal dahin. Aber da war wirklich nichts. Da war nur Wald. Nee, dann warst du falsch. Da ist super gut. Da ist super viel. Da haben wir so geile Sachen gefunden. Vor allem brauche ich einen neuen Eisenhelm so langsamer. Ja, eben. Und ich würde auch gerne wieder so ein, äh, geiles Eisenschwert haben. Oh ja. Das kommt schon auch dahinten. Okay, wo bist du? Ähm. Äh, ich lauf hier... Kann man in das Haus nicht rein? Doch, du kannst nicht jedes. Ach, hier unten. Ja, okay. Ich geh mal in das Haus rein. Genau. In dem Haus ist ich nämlich noch gar nicht drin. Ah, da kann man auch Wasser auffüllen, oder? Meine ich. Das wäre sehr nice. In welchem Haus bist du? Nee, komm nicht. Da ist nichts drin. Hm. Und bei mir beginnt das Klavier zu spielen. Oh, wie süß. Sag mal, Lime-Dye brauchen wir echt nicht mehr, ne? Nimm eine, guck, dass du eine behältst. Ja, hab ich. Hm, darf man Sachen abbauen? Nee, kannst du nicht. Kannst du auch gar nicht. Boah, jede Menge Zombies. Boah, wie schnell die sind. Ich habe nochmal fünf Pfeile gefunden. Äh, ja, man kann nur 15 stacken. Ja, richtig. Was hab ich denn jetzt weg? Fuck. Wo bist denn du verlobst? Äh, in dem großen Gebäude oben drinnen. Aber da warst du wahrscheinlich noch gar nicht. Rottenflash, will ich Rottenflash behalten? Ja. Hm, 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 hm. Also jetzt bin ich gerade gestorben. Ja, dann betreffen wir uns bei weiter. Ja, da musst du ja dran vorbei sprechen. Ja, da musst du ja ein bisschen aufpassen. Hast du noch Platz im Inventar? Weil ich habe hier noch Rottenflash. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Warte, ich komme kurz rein. Puh, lässt sich Rottenflash stacken? Nee, leider nicht. Es lässt sich halt eben nicht stacken. Aber ich muss hier noch aufräumen. Boah, mein Scheiß. Ich finde ja geil. Ah, doch einen Platz hätte ich noch. Du kannst mir mitgeben. Ja, dann nimm mal hier Melone, komm. Toll, jetzt habe ich einen Kaktus aufgenommen. Ja, was war hinten noch drin? Ah, hier ist noch Äffel drin. Ja, das sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Ich habe eh noch eine Melone. Auf dem Tart ist sie auch gar nichts bei minus 1000, minus 1000. Na komm, hier, das weg. Doch, also wir waren das letzte Mal echt ganz gut. Schau doch mal kurz auf der Map. Und zwar, da war doch dieses, das war das minus 1000? Äh, Rose Red brauchen wir nicht mehr und Snowball brauchen wir auch nicht mehr, ne? Warte, wo sind wir gerade? Wir sind bei minus 500, minus 1000. Der, wie hieß das doch noch? Dann seid ihr in Whitehaven. Ja, genau. Da sind wir. Ja, genau, Whitehaven. Und dann gehen wir, ach nee, das hat hier minus 560, minus 1000. Ja, das ist doch scheißegal, minus 500, minus 1000 ist halt das ganze Dorf. Wir laufen da jetzt erstmal hin. Wo laufen wir denn hin? Bei minus 1000, minus 1000, oder? Ähm, wir laufen jetzt erstmal wieder zu dem Fluss und dann den Fluss entlang zu diesem Camp. Äh, da draußen ist ein Spieler. Ja, ich habe ihm schon gesagt. Ja, solange er dich nicht angreift, ist alles gut. Ich habe ihn schon gefragt, äh, What do you need? Äh, looking for food. Ja, ich gebe ihm mal einen Apfel. Zwei Äpfel. Ich gebe ihm noch. Ja, ich gebe ihm auch noch einen Apfel. Das... Gut, und dann auf zum Fluss, oder? Äh, willst du ihn noch kurz heilen? Ich glaube, er hat mich ein bisschen Schaden. Kannst du ja mal noch tun. Noch eine Lederhose. Auch noch mal Weizen? Wie viele Weizen hast du noch? Sollen wir ein paar Cookies machen? Weil wenn nächstes... Äh, ich habe einen Weizen habe ich noch. Ich habe einen Weizen noch. Auch noch. Hinter dir hast du ein Zombie, gell? Oh ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Legs haben abgenommen. Ich weiß auch nicht. Willst du das Weizen nehmen gerade? Äh, ja, dann craften wir uns noch kurz Cookies. Ich habe noch zwei Weizen hier. Ja, dann... Hinter dir? Nehme ich mal nur eins. Da haltet das andere. Okay. Wo ist das andere? Du hast beide. Zombie. Wo? Aber der geht rein. Flo, bist du schon wieder gespawnt eigentlich? Mhm. Vor allem gespawnt. Schp. 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 Boah, so langsam brauche ich dann wieder Cake-E-Shot-Sabor. Äh, ich habe noch Cake-E-Shot-Sabor. Sehr schön. Ich habe noch drei volle Flaschen. Ich habe auch... Also Flo, ich habe für dich eine richtig geile Ausrüstung dabei, ne? Das weißt du. Ich habe dir eine volle Rüstung. Lederrüstung. Leider nur. Ah, nee, Schuhe nicht. Ich habe dir Essen. Ich habe dir auch dieses Heilzeug. Ich habe dir alles. Ja, Bob, erst mal muss ich die finden, ne? Jawohl. Also, auch zum Fluss. Ich gehe mal zum Fluss töten. Ne, lass uns zum Fluss laufen. Okay, lass uns zum Fluss laufen. Nein, ich stecke im Spinnennetz fest. Meeting a friend at... Minus 1000. Minus 1000. Oh ja. Dann, äh... Ich brauche jetzt bald wieder Wasser. Also, lass mal... Lass mal Richtung Fluss gehen. Wo ging es denn hin Richtung Fluss? Weißt du das noch? War denn da Mitte ist ja... Minus 1000, minus 1000. Nein, da Mitte war doch hier ein Wegweiser irgendwo. Alter, wir müssen zum Zombey... only... only... small... houses... three... I think. Aber nicht... nicht in den Norden gehen, glaube ich. Sondern wir kamen vom Süden eher. Ja, ja. Ich laufe jetzt auch da hin. Okay, dann. Geh wir da mal hin. Ich bin hinter dir. Ah, okay. Ich kleb dir direkt am Arsch. Wir müssen also eigentlich genau nach Westen laufen, einfach nur. Nach Westen? Ja, hier sind auch die Wegweiser. Wo bist denn du? Du klebst dir am Arsch, hast du gesagt. Wo bist denn du? Bei minus 600, minus 1000. Hä? Ich hab doch gerade irgendjemand gesehen. Ja, hier, hallo, zwischen den Bäumen. Ja, hallo, hier. Bitte. Seh ich nicht. Dreh dich so um. Mach dich zu oder weg? Jetzt kommst du grad weg. Ach, ich hab einen gefunden. Ah, da bist du. Du tarnst dich hier recht gut in dem Wald. Sehr witzig. Also, mir gefällt Doku-Craft. Ich habe jetzt, glaube ich, mein Texture-Pack gefunden, was ich spielen will. Ja, ich, äh... Ich seh auf dem Minimap auch schon im Wasser. Super, dann sieht's schon mal besser aus. Ja, dann gehen wir da doch runter. Ah, genau, hier ist das Eis. Okay. Genau. Hier geht's ja runter. Und dann nach rechts. Nach rechts, meine ich, gell? Ja, nach rechts. Bist du auf dem Eis? Natürlich. Ich brauche aber Wasser zum auffüllen, aber das hat's ja vorne im Dorf, gell? Ähm, ich hab noch... Flo, du musst auch auf dem Wasserlevel aufpassen, gell? Ja, ich hab 18. Ja, das ist gut. Und ein 3-0-A-W. Ich hab einen neuen, aber ich für's... Ich träg' gerade mal ein bisschen was. Ja, ich hab nur noch ein Fläschchen, leider. Ich hab noch zwei volle. Also, kein Stress. Und ne Bottle voll rum. Bin ziemlich auf dem Weg zu euch. Wie weit bist du denn? Minus 300... äh, minus 1100, minus 350. Okay. Wir sind bei minus 720, minus 1000. Ey, war der Weg echt zu weit? Ja, ja, das war Ewigkeiten. Aber da hattest du auch Wegweiser, dachte ich. Äh, wir laufen in die falsche Richtung. Ja, wir laufen. Komplett falsch. Da oben ist ein Zombie. Ich mach mal kurz die Minus mehr wieder größer. Ja, versucht ihr mir entgegenzukommen, oder was tut ihr? Warte mal, wohin laufen wir denn? Wir laufen über den Berg rüber, komm, halt. Was? Ne, nicht über den Berg rüber, wir müssen Fluss folgen. Wo bist denn du hin? Hier hinter dir. Ja, eben, weil hier sind gar keine Wegweiser. Ich glaub, wir sind einfach... Oh ja, man sollte auch einfach mal auf die Karte, auf die Werte schauen. Die haben sich nämlich alle verringert. Ups. Aber wir müssen da, ja, wir müssen jetzt da rüber irgendwie. Oh ja. Oh ja, wir müssen jetzt einfach rechts, genau, dann passt's. Vollöse Revant. Wie viele Herzen hast du? Ich hab, äh, neun. Okay. Wenn zehn das meiste ist, dann hab ich neun. Ist zehn das tollste? Ja. Zehn ist, glaub, das tollste, ja. Ah, da ist auch wieder ein Wegweiser, ja. Okay, passt. Ja, jetzt, 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 jetzt sind wir richtig, jetzt sind wir richtig, ja, das sind ganzen Wegweiser. Renn doch nicht so weit vor, ich hab Angst allein im Dunkeln. Folgt dir den Wegweiser? Ja. Dann folge ich ihnen auch mal, dann treffen wir ins Zwangsläuf. Bist du schon auf dem Fluss? Ja, nee, du bist, äh, da gibt's nämlich ziemlich viele Wegweiser, du musst schauen, da sind immer wieder Schilder dran. Hab ich grad zwei Mal, du musst schauen gesagt, ja, hab ich, gell? Ja, hast du. Komisch. Äh, äh. Ja. Ja, ich bin jetzt bei minus 1050, minus 730. Was soll denn das für Wegweiser sonst sein? Ja, 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 ist okay, ist gut, ist gut, chill, chill. Genau, da kommen wir ins Grüne da, das war doch im Grünen, genau, da hinten ist Grün, wunderbar. Cool, bei mir noch nicht. Ja, ich renne ja auch vor. Ja, da ist Grün, dann gehen wir da vorne doch mal rechts. Ja, wie viel Keks hast du euch dabei? 25 oder so. Müssen wir jetzt hier rechts? Ja, müssen rechts. Ja, müssen wir. Ich geh mal kurz Wasser auffüllen. Ja, ich auch. Wenn wir schon mal hier sind. Richtig. Sollte man auch eine Möglichkeit auch immer machen, Wasser auffüllen. Wenn es nicht reinfallen. So, nochmal zwei Fläschchen auffüllen. Und weiter geht's. Aber jetzt sind wir bei minus 800, minus 800. Ja, ich glaub, unsere Koordinaten, die wir eben genannt haben, die stimmen halt nicht. Hä, aber wir waren doch wirklich vor, letztes Mal bei minus 1000, minus 1000. Ich weiß nicht, ich hab nicht geschaut. Aber wir müssen hier schon rechts, oder? Ja, das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Was, wo seid ihr? Wir sind bei minus 800, minus 800. Noob'n gerade in der Gegend rum. Ja, dann lass mal den Wegweisern erstmal folgen. Ja, eben. Glaub ich nämlich auch. Bleibt einfach stehen, ich bin ja eh gleich da. Ah, man kann, das ist auch cool. Man kann jetzt die Death Message ausschalten. Ja, aber ich find das immer ganz witzig. Ja, ich auch. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Wo wir denn jetzt... Ach, wir sind da. Okay. Stimmt, wir haben die Karte runtergeladen. Ach, wir sind da. Ah, ja, dann hätten wir doch rechts müssen. Geil, wir müssen rechts. Ja, genau, das ist auch gar nicht eingezeichnet. Das ist doch ein hoher Berg. Nee, nee, aber nicht mit Koordinaten. Ja, also das nicht, ja. Entschuldigung, dass du jetzt hier nur das gesehen hast. Dann müssen wir doch nach rechts. Seid ihr immer noch bei minus 800, minus 800? Nee, wir treffen uns bei minus 1000, minus 1000. Ja, minus 1000, minus 1000. Ach, wir sind da. Also wir sind noch bei minus 800, minus 800, aber... Und das wird wieder hell. Sehr schön. Das freut mich doch. Treffen uns bei minus 1000, minus 1000. So richtig? Wie das eine oder andere Mal schon gesagt. Also wir treffen uns bei minus 1000, minus 1000. Nee, wir treffen uns bei minus 500, minus 500. Also für alle mit 3.0 Abi, wir treffen uns bei minus 1000, minus 1000. Alles klar, also bei minus 1000, minus 1000. Kannst auch in den Chat schreiben. Für alle mit 3.0 Abi. Ich bin hier schon wieder abartig gemobbt. Warum? Ah, da vorne sind jetzt auch endlich die Wegweiser. Und da vorne ist er. Hallo? Wenn der nicht das Peaceful-Zeichen macht, dann knall ich ihn ab. Das wird bei mir nicht angezeigt. So. Du bist so hässlich. Ja. Helga, hast du dein Ender-Ei nicht auf dem Slot 4? Nee, auf 5. Hups. Ah, okay. Dann hast du ja die mehr Nachricht nicht gesehen. Du versinkst hier alles. Wo bist denn du? Außer im Wasser. Du musst dir alles im Wasser holen, weil du alles reingeschmissen hast. Ach so, das liegt am Eis. Wo seid ihr? Wir sind schon ein bisschen in die Richtung gelaufen. Ja, ich auch. Aber ich laufe am Land entlang. Brauchst du noch was? Was, spielen wir jetzt? Curling oder was? Ja. Boah, Curling würde ich eigentlich echt gerne mal machen. Komm, schmied, hier. Was hast du jetzt noch ins Wasser geworfen? Keine Ahnung, komm einfach hoch. Ich habe dir ein bisschen Rüstungsteile gegeben, aber die hast du alle. Erstmal eine Melone. Jawohl, ja. Boah, die bringt ja fast nichts. Ja, aber sie bringt was. Zwar fast nichts, aber sie bringt was. Wo bist du jetzt hier? Ich habe hinter dir. Ich habe hier kein... Vorsicht, Zombie von rechts! Ja, ja. Für uns ist es mittlerweile kein Problem mehr. Also mit der guten Rüstung, dann macht er nichts. Da kommt noch einer, der bringt noch einen Freund mit. Ach, komm. Aua. Komm her, du Scheiße. Wie seid ihr eigentlich? Ja, einfach den Fluss entlang. Ja, ich bin am Landgang. Ich mache ihn platt. Den Fluss entlang. So, zwölf Zombies getötet. Hast du Schaden bekommen? Ach, ich sehe was. Ja, da seid ihr. Ihr kuschelt auf dem Eis. Kannst du mich heilen? Ja. Hast du alles? Wie mache ich das? Äh, nee, du brauchst... Ich habe das ganze Zeug. Ich habe das ganze Zeug. Ich komme noch runter. Hier, HEP. Guck mal. Hallo! Wo denn? Da kommt er aus dem Wasser. Da ist er. Ähm, und zwar indem du Rosenrot nimmst, ähm, Paper und Schere und dann, äh, quasi auch in der Reihenfolge links klickst auf denjenigen, der geheilt werden muss. Mit der Farbe, dann... Da liegt alles. Genau. Und dann in der Reihenfolge links klicken. Aber jetzt brauchen wir es gerade nicht. Rot, Paper, Schere. Nee, paper, roter, Schere. Ja, genau. Rot, paper, Schere und das immer mit links klicken. Und dann bandagierst du jemanden. Das kannst du alle fünf Minuten machen. Nein, paper, rot, Schere. Und ich glaube, das heilt fünf Herzen. Das ist total super. Was? Paper, rot, Schere jetzt? Nein, rot, paper, Schere. Nein, paper, rot, Schere. Jetzt sagt jeder was anderes, hey. Paper, rot, Schere. Ich mache mal rot, paper, Schere. Wuh! Riesen-Zombie-Spawn. Oh, ja. Oh, fuck. Und du kannst nur alle fünf Minuten heilen, ne? Das haben wir gerade gesagt, ja. Oh, fuck, das ist echt... Das ist... Oh, die sind gerade gespawnt. Ja, das ist leider das, was... Zum Glück haben wir ein paar ein bisschen verzauberte Sachen. Ich brauche Hilfe. Ja, ich habe ein Holzschwert. Unbedingt, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich komme, ich komme. Ich bin tot. Scheiße. Nein, oder? Scheiße. Renn, renn weg, renn weg. Warum? Ach, du bist schon tot, shit. Ich bin tot, ja. Okay. Dann zieh sie zu mir, zieh sie zu mir, Flo. Ich komme gleich wieder. Ich habe die bessere Rüstung. Und dann laufe ich schnell hin. Und das bessere Schwert. Fuck. Ich muss nur noch... Okay. Egal, ich habe gleich... Ich habe die... Wir sammeln deine Sachen auf. Ja. Die wichtig sind. Wenn ihr jetzt alles tragen könnt. Ja, alles ist wichtig. Es war alles so toll. Kettenrüstung und so ein Spaß. Rotten Flash. Okay, haben wir. Gut, wir haben alles. Dann gehen wir weiter. Warte, ich kann mich ein bisschen neu ausrüsten. Ja, ich nehme alles. Aber das war jetzt... Ja gut, was wollen wir tun? Wenn die... Ihr habt ja auch meine Schere und das Ornament mit. Ja. Ich bin bei minus 1700 plus 400 gespawnt. Scheiße. Dann brauchst du ein Weilchen. Aber gut, bis dahin looten wir hier. Ja, dann lootet da mal. Genau. Egal, ich laufe jetzt einfach straight ahead dahin. Hier ist nochmal so ein verzauberter Bogen. Das wäre schon sehr nice. Ja, ein verzauberter Schertwerfer war auch nice. Nein, aber der ist total geil. Muss ich ja schon sagen. Lauf in meine Richtung, lauf in meine Richtung. Und dann sagen wir gerade noch, ja, für uns sind Zombies kein Problem mehr. Wir haben sowas. Lauf in meine Richtung. Mobspaw, necht, ey? Was geht denn jetzt? Schieb vorbeigeschossen. Komm über den Fluss, komm über den Fluss. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Ich muss mich verbinden, ich muss mich verbinden. Ja, komm zu mir! Oh, ich bin fast tot. Ja, geh weg, geh weg, ich heil dich. Komm her. Komm her, der ist tot. Soll ich rennen? Ihr habt ja genügend zum Essen. Das Problem ist, wir haben halt keine Heiltränke mehr. Das wäre jetzt noch echt ne... Danke, ich habe noch einen. Okay, behalte ihn dir aber auf. Okay, jetzt hier looten. Hier gibt es echt geile Sachen. Vielleicht gibt es auch Heiltränke da drin. Da habe ich mich auch schon eingefallen. Ne, Lederhose. Wenn dir was nicht passt, einfach rauswerfen. Dann spawnt die Truhe irgendwann neu. Genau. Ach, fuck. Ich muss in die Richtung laufen. Ja, man. Schon wieder ein... Ich habe hier einen verzauberten Bogen und einen Trank der Langsamkeit. Naja, nehmen wir mal mit, oder? Äh, okay. Dann kannst du ja auf die Zombies werfen, oder? Flo, nimmst du einen verzauberten Bogen mit? Kann ich machen. Damit killst du Zombies mit zwei Schüssen. Das ist sehr nice, das Ding. Hier oben gibt es nämlich immer... Scheiße, ich habe Schaden gekriegt, weil ich runtergefallen bin. Du, Trost, rein? Der ist in der Truhe, der Bogen. Nein, jetzt habe ich... Jetzt bräuchte ich nur noch Pfeile, ne? Ich bin nur noch tausend Meter entfernt. Was ist denn hier noch drinne? Hier gibt es ja auch noch Sachen. Ja man, kaputte Sachen nur. What, Zombie? Fuck, ich habe mein Schwert weggeworfen. Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Warte, ich versuche dich von oben aus dem Haus zu... Nein, komm mit. Ich habe nur noch ein Herz. Ich bin tot. Weil ich bin einfach nicht weggerannt. Der hat... Scheiße. Da kam auch keine Todesnachricht bei mir. Fuck. Scheiße, Mann, wir hatten so geile Sachen. Flo, halte aus. Wir kommen zu dir. Ja, dann wende ich kurz die Aufnahme, dann treffen wir uns. Wir bei tausend, minus tausend, minus tausend. Bis gleich. Bis gleich.